Hallo, grüß' euch. Ich bin Jörn Schweiger, Geschäftsführer der JMS Fahrzeugteile GmbH und ihr bekommt einen kleinen Einblick in unseren Show. Aktuell haben wir knapp 90 Räder in der Ausstellung von namhaften Marken. Klar, unsere Hauptmarken Baragula und Corspeed, jedes einzelne Design, dann natürlich auch noch ASA-Felgen, Vormetall-Felgen, OZ-Felgen, Sparko-Felgen, Thomason, Schmidt-Felgen, MB-Design und sonstige namhafte Hersteller haben wir natürlich noch in der Ausstellung. Wir haben unser Unternehmen Sundreiner und Schweif am 01.06.1992 gegründet und ja, nun haben wir fast 30 Jahre hinter uns und zählen auf eine sehr, sehr treue Kundschaft. Wir vertreiben an den Handel, Großhandel, national und international und selbstverständlich ist auch der Endkunde bei uns willkommen. Bei uns bekommt er eine kompetente Beratung, Selbsteinbau mit Sondereintragung und ist bei uns alles möglich. Was gibt es zur Philosophie noch zu sagen? Fragezeichen. Ja, 1994 sind wir dann gestartet mit Aerodynamik-Teilen auf gut deutsch Spoiler. Hier starten wir mit Opel-Modellen im Jahre 1994. Das war der KTD, Astra, FG, CID und Kralinka. Später hat man nach und nach weitere Modelle entwickelt und die Marken BMW, Audi, Mercedes, Ford dazu genommen mit eigenen Entwicklungen. Aktuell für Mercedes-Modelle, BMW und Audi. Der Markt im Aerodynamik-Segment ist etwas schwerer geworden. Bei den Felgen haben wir gemeinsam mit der Firma Aerotechnik AG in der Schweiz ein Mitspracherecht über Designs, Oberfläche, Farben und so weiter und freuen uns euch auch wieder zur Zukunft weitere interessante Designs vorstellen zu dürfen. Hier zum Beispiel die Dragoon, das neue Rad aus dem Hause Barracuna, welches in drei Farbvarianten eigentlich ist. In Silber, Bronze und Schwarz-Kratz. In einem weiteren Video werdet ihr weitere Details zu Rädern, zu unseren Produkten erfahren. Bis dahin bleibt gesund, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Euer Bis dahin bleibt gesund, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich bin